Wir protestieren hier heute gegen den sogenannten Global Water Summit 2011, eine Konferenz der internationalen Wassermultis. Hier veranstalten Böcke eine Gärtnertage und predigen Wasserprivatisierung unter dem Untertitel Water Meets Money. Wir sagen, das ist besonders dreist, denn hier wird Geld gemacht mit Wasser, Water Makes Money. Water Makes Money ist auch der Titel eines Dokumentarfilms der Filmemacher Leslie Franke und Herdolo Lorenz. In dem Film geht es auch darum, wie sich Wirtschaft und Politik zusammen auf einer Konferenz treffen und eben nicht nur treffen in einem sehr intimen und privaten Raum, sondern sehr wohl auch Geschäfte machen, Geld machen. 1999 wurden die Berliner Wasserbetriebe teilprivatisiert und Viola und RWE haben sich die Hälfte davon einverleibt. Seit 2005 kämpfen viele Aktivisten, an deren Spitze der Berliner Wassertisch steht. Wir haben eine Aktion veranstaltet vor der Konferenz, haben unsere Freunde und Engagierte eingeladen, wir haben ein Kurztheater zur Wasserprivatisierung gemacht, ein Sockenpuppentheater, Menschenrechtserklärung vorgelesen, Wasser versteigert und gleich vor Ort das Gelbe für gedruckt und im Anschluss eine öffentliche Aufführung von dem Film Water Makes Money gemacht. Mit der Aktion wollten wir zeigen, dass mit Wasser Geld zu machen ist absurd, denn Wasser ist keine Ware. Wasser ist ein Menschenrecht! Wasser als Ware, das führt zu steigenden Preisen, zu Arbeitsplatzabbau, zu intransparenter Wartung des Gesamtinfrastruktursystems Wasser. Ich rufe alle Menschen auf, die Verantwortung tragen. Das muss gestoppt werden. Wasser ist ein Gemeingut und gehört in allgemeine Kontrolle und nicht in die Hand von Konzernen. Danke! Ich bin ein wichtiger Referent auf dem Global Water Summit 2011, der heute hier im Hinterkont nicht stattfindet. Und ich frage Ihnen, die größte Herausforderung im Wassersektor ist die Finanzierung. In vielen Ländern ist das ein Modell, das auf eine zentrale öffentliche Haushalte gegründet war, für alle Finanzkrise zerstört worden. Wir müssen zusammenlegen, wir kriegen voller Deutsch! 4.000! 4.000! 4.000! 5.000! 8.000! 100.000! 800.000.000! 100.000.000! Geld ist nicht kostenlos! Jetzt, jetzt! Um Geld zu machen! 1.500.000! 1.500.000! Dein Problem. Untertitelung des ZDF, 2020